Nach der Besteibung des Maunfutschi sind wir hier im Wunderwald und sieht noch Vulkangestein. Ja, es sieht wirklich sehr nett aus hier. Ich glaube, ich lasse die Kamera jetzt einfach mal beim Laufen ein bisschen laufen. Man sieht hier die japanische Zwergkiefer und den japanischen Nils. Erkennen dann den herzförmig geformten Blättern. Das ist eine Buche. Die Zwergkiefer, pass doch hier auf. Junge, Kiefer hat Nadeln. Ich bin der Geologe, was er nicht alles kann, der Herr Geologe. Was hat das mit Geologie zu tun? Hobbybotaniker auch noch.